Hallo und herzlich willkommen zum Scandrack Outdoor-Tipp. Mein Name ist Hilkir und ich werde euch heute zeigen, wie ihr mit der Notdurft klarkommt im wilden Gelände. Dazu nehmt ihr euch euren Klappspaten, den ihr bei uns im Ausrüstungspaket vorfindet. Sucht euch ein schönes Plätzchen und grabt ein kleines Loch, ungefähr 15 bis 20 Zentimeter tief. Das sollte reichen. Anschließend klappt ihr euren Spaten wie folgt um. Fixiert wieder und bildet mit euren Füßen ein beklemes Dreibein zum Draufsitzen. Dann nur noch richtig zielen und fertig. Viel Spaß in der Bildnis.